und damit zum zweiten mal auf einen mittwoch ein herzlich willkommen liebe clasher bei mir im torsten beim clan ja spätzen mit sowas habe ich schon ewig nicht mehr gesagt aber es gibt ja so ein bisschen noch was nachzutragen also seht es mir nicht nach ich muss manchmal die videos aus ein bisschen koppeln denn ich habe noch im nachgang gesehen es gibt ja noch ein bisschen was zu quatschen hier aber wir wollen erst mal eben nachdorf hier kurz mal angreifen und ihr seht ohne dass ich auch stimmen gesehen habe ich glaube an dem mobile device hier kann ich kann ich richtig gut aufnehmen sofern ich dann meine andere brille auf habe okay sofern ich meine andere brille auf habe und ich würde sagen wir gehen jetzt mal ganz ganz gebückt rein mit der armee hier wir brauchen glaube ich nur den einen stern hier für den pass und ja so ein bisschen gibt es ja noch es gibt ja ein paar news es gibt ja ein paar update news es gibt ein paar voting news habe habe ich glaube das ist auch einmalig oder erstmalig dass es sowas überhaupt in clash of clans gibt und da bin ich auch mal gespannt wie das ganze da ausgeht ich bin da so ein bisschen neutral kann ich euch schon mal so ein bisschen vorab sagen und ich jetzt gucke ich immer so ein bisschen nach vorne in meine aufnahme software aber ich muss eigentlich nach unten gucken auf meinem mobile device wo ich gerade dieses diese meisterhütte hier zertrümmere und 64 prozent geht da noch ein bisschen was kaum kommt kommt schade die maschine schafft leider nichts mehr und der schafft noch da so ein bisschen ja darum wir noch so die letzten prozent raus nachdorf ist ja auch mal ganz nett das ganze bei mir zu sehen ich mache da so so dies und das lisa von den klaren silbersteckers plötzlich ein bisschen deutschland zumindest lisa lisa könnte ja so ein bisschen deutsch sein und gucken wir mal von welchem klaren dieser denn eigentlich kommt lisa kommt aus einem englischen klaren oder united states usa klaren okay aber 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 ganz gut gewonnen was hat lisa gemacht pecker 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 ja ich habe die pecker mittlerweile ja auch auf max hier aber ich habe noch nicht wirklich damit was geholt und trotz des nervös dienster demnächst gibt werde ich die schweine geleiter hier so ein bisschen weiter level wir gehen hier mal kurz mal rüber und denn ihr habt vielleicht gestern schon vernommen in den september bellings news oder update gibt es ein paar änderungen ich lasse das ganze hier auf englisch also es gibt halt ein paar kleinere verfeinerte balance änderungen also ein bisschen wird was schwächer ein bisschen verstärker der golem wird ein wenig hps also oder dps verlieren die dps ist es das heißt er macht nicht mehr so viel schaden auf 123 und 4 bei 4 ist es gleich da bleibt das bei 50 aber dann level 5 überall so ganz ganz kleines bisschen weniger ich weiß nicht ob das bei dem golem jetzt wirklich diese auswirkung hat dass der golem plötzlich wieder die truppe ist die man immer nimmt keine ahnung golem meid dass das das die kleinen welpen die bekommen also auch etwas die bekommen etwas mehr hee points ok der drachen der drachen wird sicherlich sehr sehr interessant sein auf level 7 wird er noch mal ein paar treffer punkte dazu bekommen drachen angriff haben wir jetzt eher selten gesehen im rathaus zwölf bereich bin ich echt mal gespannt die walküre gewinnt etwas an hill points das heißt also vielleicht nimmt man sie auch wieder etwas öfter aber die die im moment sehr dominieren im tag und im nachtdorf sind sicherlich die schweinereiter und die schweine gleiter denn die verlieren an hill points und das gar nicht mal so knapp 920 auf 890 und 22 36 kann ich ja noch gar nichts zu sagen auf 21 24 an hill points bin ich echt mal gespannt ob das so diese riesenauswirkung ist oder ob ob wir das immer noch ob wir immer noch coole hockweiler angriffe im rathaus zwölf bereich sehen in der entferne tor macht ein wenig mehr beziehungsweise etwas weniger dps auf level 2 und level 3 da haben sie es ein bisschen runter geschraubt der tesla auch ein wenig mehr treffer punkte also hill points hp ist immer hill points also ihr müsst ihn etwas öfter anschließen damit er dann stirbt und der mortar hat auch die points von 59 auf 89 ich finde den mortar eigentlich diesen multimortar finde ich eigentlich gar gar nicht mal so schlecht aber das sind so die ersten news hier muss ich mal so sagen und bevor wir zu den zweiten news gehen gehen wir kurz mal in die wolke den nehmen wir mal mit hier den nehmen wir mal mit mit unserem rathaus zwölf ich habe zwei drachen in der klanburg beziehungsweise im ballon das garantiert mir in jedem fall dass hier kein heiler switch auf irgendwelche bodentruppen stattfindet aber ich habe auch ich habe ein bisschen komische armee dabei stelle ich gerade mal so fest die ist doch so ein bisschen komisch stelle ich jetzt gerade so fest aber ich weiß die sechs mauerbrecher sind sicherlich vom pass für ein passier zu gebrauchen und wir gehen auch kommt komplett auf einer ganz ganz anderen seite rein obwohl ich sagen muss ich habe daher zwei drachen ich habe da zwei drachen warte mal die gehen da auf die defense und dann gehen wir hier mal mit dem mauerbrecher rein mal schauen die kommen da auf jeden fall rein jawohl und einmal hier in gut gebracht da sind zwei drachen drin auch genau vor die luftabwehr gepfeiert okay aber die gegnerische queen schon mal weg und wir sind auf dem weg zum rathaus oder auch nicht kommen die drachen müssen das dann in jedem fall mal weg machen jawohl wir sind auf dem weg zum rathaus aber da ist auch ganz ganz böse single inferno sehe ich gerade okay da ist ein ganz ganz böse single inferno der uns dort mal sehen macht er unsere queen schafft unsere queen er schafft unsere wie nicht alter falter das war aber mal rettung in letzter not naja das war mal echt rettung in letzter not und damit wir jetzt den zweiten kriegen die schafft den inferno aber die schafft den inferno auch noch alter falter das ist ja mal geil donnerwetter aber mehr hat die auch nicht gepackt an der stelle und mal sehen ob wir jetzt hier noch rein springen können mit unseren truppen der steht nach unten ja das passt so den können wir so mitnehmen also noch mal ein bisschen party hier aber irgendwo ist es auch nicht so wirklich die richtige truppe sehe ich gerade die wir hier am start haben also nicht die ganz ganz richtigen zauber der adler lebt da noch den müssen wir so ein bisschen wegfossen dass der normal ballert das kriegen wir aber hin und den resten brauchen ja zwei stellen haben wir in jedem fall pass ist drin hier ist natürlich noch mal alter ist hier noch mal action in der mitte kommen kommt 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 noch ein bisschen weiter der king hier der worden und ist dann noch ein golem ich kann das ganz schlecht erkennen außen geht noch so ein bisschen ach die latschen dann außen rum okay das sind die machen mir die prozente an die da ist nur noch was in der mitte da ist doch noch was in der mitte und kriegen wir den inferno noch dauern ja schaffen auch alles klar okay also zweite sache die ich euch oder die ich ein bisschen mit euch bequatschen will außerhalb des des passspiels hier ist natürlich dass das voting das heißt es geht ja um die weltmeisterschaft die wird ausgetragen im oktober in hamburg in der barclay card arena so heißt sie eigentlich glaube ich und aber es ist die offizielle arena glaube ich in deutschland wenn es um die e-sports liga geht und da geht es um das finale clash of clans und zwei clans lass mich eben mal bauen hier ich habe wieder nicht meine eigenen sachen genommen dort gibt es natürlich zwei clans die eine wildcard bekommen können und wir können auch hier mal reingehen in die events ihr seht das hier wildcard voting also man kann bis zum ich muss mal schauen bis zum 16 september kann man hier wählen welches team hier noch per wildcard in die em ausscheidung oder wm ausscheidung kommt und blaze jp dark lotos dk second brigade ente sie one hive shenso top of japan oder hwf also w hf weiß ich nicht ganz 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 genau oder w hf heißt es glaube ich w hf so heißen sie ist ein alter clan von oder da war glaube ich mal der powerbank gaming ganz ganz lange drin und ich kann mich im moment nicht wirklich entscheiden das hat jetzt nichts damit zu tun dass ich unbedingt jetzt meinen meinen haken mit meinen ganzen accounts auf die dark lotus mache nur weil sie aus deutschland stammen sondern es soll schon ein bisschen fair sein ich hoffe die auslösung ist hier fair denn es wird natürlich viel viel mehr japaner geben viel viel mehr amerikaner geben die hier für ihre teams sicherlich voten aber ich glaube das ganze wird dann fair prozentual hoffentlich auch transparent von supercell rübergebracht ich bin mir noch nicht ganz sicher wenig wenig wähle denn ich kenne die dark lotus viel zu viel zu wenig ich kenne tribe gaming ist entstanden aus den dark lotus also die wurden ja umbenannt dann gab es noch ein zweites team dark lotus ob wir unbedingt ein zweites team im in so ein finale sehen müssen weiß ich nicht genau vielleicht wäre es fairer in tc zu wählen die waren ja immerhin in zwei finals dabei in katowicz oder auch top of japan glaube ich oder blaze gp one hive ist glaube ich so ein bisschen sein außenseiter und auch dk second brigade ist sicherlich neben w hf also w hf sicherlich so ein bisschen so ein außenseiter die glaube ich nur einmal dabei waren wenn überhaupt oder die kommen komplett per wildcard rein müsste ich noch mal reinschauen ich kann mich noch nicht entscheiden weiß ich noch nicht ihr braucht mich auch nicht beeinflussen ich werde meine wahl ganz geheim treffen wird das auch nicht bekannt geben ich habe den und den gewählt glaube das wäre an der stelle jetzt auch unfair oder fair gegenüber den clans die jetzt so an teilnehmen aber ich wollte es nicht vergessen in der zweiten folge heute auf dem mittwoch also ein bisschen haben wir tatsächlich was geschafft aber die beiden news wollte ich euch auf jeden fall noch mal mit auf den weg geben richtung ich wollte fast sagen richtung wochenende aber richtung schön viel clash of clans streame und videos bis dahin euer tuto zum zweiten heute clasht